Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dann bringt es dir Pech, wenn du es anfasst. Es sei denn, ich nehme den Zauberspruch weg. Ja, Meister. Der Ziegenleder-Sonnenschirm ist meiner! Lass den Speer fallen! Hast du dich selbst an der Krankheit angesteckt? Ah! Schreien! Ah! Schreien! Pfeifen! Husten! Lachen! Weinen! Schreien! Ja, 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 ja. Sehr gut. Achtung! Fertig! Los! Ich spiele dieses Spiel sehr vorsichtig. Ich habe einen Plan. Ich glaube, dass du sehr gefährlich bist. Und vielleicht kommst du sogar vom Teufel. Ich werde nicht arbeiten, bis alle Arbeit verteilt ist. Nun, ich bedauere, dass du dich entschlossen hast, diese Einstellung einzunehmen, Freitag. Das ist mein Gewerb. Ja, es ist deines, Meister. Ich habe mich entschlossen, dass ich nicht leben will wie ein Sklave. Ich betrachte dich keineswegs als Sklaven. Aber was bin ich dann? Du bist ein unwissender Wilder! Als wir uns damals begegnet sind. Dein Kopf war voll von nichts außer deiner eigenen Macht, deinem schlechten Gewissen und der Furcht vor einem grausamen Gott. Los! Wir haben es geschafft! Du hast recht gehabt, Freitag!